Musik 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 Ich mach auf Musik Musik Die kommen von oben, glaub ich ja Musik Oh, da kommen viele Warte, geh mal zurück Scheiße, die war auch weiter weg Musik 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 Wir scheinen sie alle erwischt zu haben Nehmt C4 um die Sackgassen hochzujagen Wollen wir C4 nehmen Nehmen womit C4 Okay Zurück, zurück, zurück durch hinter den Kisten Muni brauchst Munitionskiste gelegt ja voll gut ok ich leg hier ein Geschütz also wenn der Dickel kommt gehe ich auf die MP ja und am besten wir halten uns dann hier hinter den Block auf ja ich flankiere eben genau einer dräge dann schießt man da auf ja 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 ich schmeiß die Granate rein ich schmeiß die Granate rein ich schmeiß die Granate rein ne pass auf und ja ja der Dickel ist schon lange da er ist aber gleich da ja 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 wir ja wir der eine Munitionskiste mhm leck euch ein Leute Munitionskiste gelegt aber ich verbraucht gar nicht so viel Monit ich schaue ja ich schaue nicht die Blue Flame ist gut ne ja so warte mal ich ja du bist da hab ich auf jeden Fall ja du musst genau dich das Loch treffen aber ich hab kein Gewehr ich hab kein Gewehr mehr im P-Mail ich nehm die andere Seite also ich nehm rechts überall leicht Junge die haben was auf den Deckel gekriegt wir haben mehrere Leichen der Patrouille gefunden es sieht nicht nach vielen Überlebenden aus die Brüter kommen sie scheinen uns gerochen zu haben Leute haltet die Position Bravo Bravo AAC hier könnt ihr uns hören verdammt klingt als wir in der Nähe hohoho Quartier habt ihr die Position ja sie sind nicht weit lasst die Park-Gavage hinter euch und geht zum Makati-Rathaus wir werden Hubschrauber-Unterstützung anfordern verstanden wir ziehen los sobald wir sie erledigt haben ja auf normales ist das Messer noch sehr effektiv ja mal gucken wie weit wir zu zweit kommen sonst machen wir das mit den anderen dann mit den Klan-Membern dann noch ich war auf äh ich denke mal die nächste und die übernächste das werden wir wohl noch schaffen ja ja und dann halt kommen wir immer zwei dazu ne ja kommen wir zwei dazu dann machen wir zu viert weiter und wenn zu viert halt nicht mehr möglich ist dann geht es zu sechs weiter ja ich lege gleich Muni-Kiste ich glaube jetzt kommt das Verkennst ja so jetzt so prüft eure Waffen und Munition wir legen los muss ich keinen Grad noch nicht legen hm man warte mir den kleinen Moment halt besser halt zu kaufen ne ich meine hier ist äh teuer ich meine was man halt braucht ich glaube ich muss weiter nach vorne jo ey ich drücke F1 es passiert nix jo dann gehen wir halt hier hin hier geht auch noch er sollte gehen ja doch komm die schon pass auf geht nicht ok jetzt ich gues auf die Tür den Blut ich wollte eigentlich ohne sagen aber egal ja ja äh da kommt keiner durch ich leg die Schützchen ja die Bank ja ja ich mach auf die Tür jo ja 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 bei uns geht es eh nur um sieben Platz ja ich komm zu dir gehts? jo von der Seite kommen viele wir kommen doch noch n Dicker im Glaub ich ne? ich weiß nicht ach ja jetzt sind wir mittlerweile schon Level 36 und 21 ich bin schon ja genau ich bin Level 21 ja und wir kommen immer langsam langsam höher ne? diese Erfahrung haben wir jetzt auch eigentlich viel ok jetzt ist so viel aber schon genau man kann halt sagen man hat die Bösenkeit gezockt um das ehm Ganghead zu verstehen ja genau wir schieben das Fahrzeug aus dem Weg ich schiebe es auch jetzt blam boah alter ich trete der einfach weg ok ich mach ne Rolle achte zack 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 ok ok soll ich wieder Muni legen? Munitionskiste bereit weil wenn du an der Kiste kaufst kostet das wieder Gold genau das sei dir genau ist halt schade wenn man für mit dem Gold halt wesentlich bessere Sachen anfangen kann zum Beispiel seine Ausrüstung und Waffen und so weiter zu verbessern das Makati Rathaus ist direkt über dieser Leiter und wenn man die Skill halt schon hat seid ihr bereit? auf geht's dann kann man den auch nutzen genau so komm das schaffen wir jetzt jetzt wird's hart ich lege die Schütze erst wenn es gleich zu hart wird wenn wir die sicherten Landeplatz können wir keinen Helikopter schicken versuch euren Standort zu schützen und den Bereich zu sichern ich glaube der Hedgefone hält ich glaube der Hedgefone hält da ist mal los hier nichts los ah kommt gleich kommt gleich komm gleich Es ist der feine Auto! Oh Gott! Oh nein! Wie schön ist es gelegt? Ich gucke aufs Auto! 12 Uhr! Es ist der Feind! 12 Uhr! Es ist der Feind! Nein, das sind die Zombies! Alter! Nein, ich kann hier wieder draußen! Das ist irgendwas dickes gewesen! Ja, ich auch! Das ist auch... Das klingt nicht gut! Aber ich hab's hier mitfacht mal! Das ist doch... Und die machen auch... die drücken auch richtig! Also wenn die gezielt einmal treffen! Andere Seite! Andere Seite! Ich hab Raketenwerfer gesehen! Ich glaube es kommt Dicke! Ja! Zwei Stück! Den Granate fliegt! Und der kommt raus! Und der kommt raus! Ja! Oh nein! Ich hab nochmal voll nach! Das ist das, was ich ausfacht! Wird geladen! Wir sind los! Wir sind jetzt noch vorbei! Ja! Komm schon! Komm schon! Der eine ist fast down. Ja, der eine ist down. Ich will es auf MP. Ja, der ist down. Nice. Ich stehe auch 279. Ja, haben wir geschafft. Nice, Tiki. Sehr schönes Teamplay. Da ist noch einer. Ah, gut. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Hey, CFA. Kümmert euch um die Verletzten und Infizierten bei euch. Danke für die Hilfe. Ab nach Hause. Nice, Tiki. Bitte, Kollege. Machen wir doch gerne. Ja. So, egal. Es ist ein Quattro-Kopf dann. Sonst will ich ihn hier. Okay. So, jetzt. Ja. Ich will den Granatenwerfer. Ich bin Level Up. Ich bin jetzt Level 22. Nice. Ah, ich bin 34. Okay, mal gucken, was ich bekomme. Oh, nice. Ja, Schrot findest du ja. 34. Ich bin ja auch die gleiche. Nice. Ich will den Granatenwerfer mal haben. Aber es ist ein Auto, ne? Hm. Naja. Naja, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach den Daumen hoch Button vergewaltigen, oder? Ja, genau. Und das auch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.